Nein, Fitz! Ich röchle dich! Los, ich muss dich schnell töten! Dann kann ich... Ich bin da! Nein, jetzt! Oh, ich bin Idiot! Ich drück nur auf E zum Aufkleben! Nein, warte, warte, warte! Nein! Oh, nur noch einen Schuss! Nur noch einen Schuss! Ach, du bist nur auf dem Kampffeld! Ich komme! Nächstes Level! Nächstes Level! Waren wir ihn fertig gemacht? Schon fertig gemacht! Da hast du den Rest noch da platt gemacht! Nicht hier! Jetzt hab ich bestimmt keine Muni mehr! Ich glaub, ich krieg mir jetzt mal erstmal wieder ein neues Stuff! Oh, Alter, da war das die Scheiße! Na, vorhin nur mit so einer mickrigen Mongo-Schule! Ich wette, ich war noch der am leichtesten! Ja! Ach, du hast mein Auge! Oh! Oh! Jetzt brauchen wir nur noch wen, der ist mir hier aus! Oh! Ich kann mir zwar denken, wie gerne du mir dein Haus ins Gesicht stecken würdest! Oh! Und ich bin jetzt mal ganz gut! Oh! Oh! So, dann geh vor! Oh! 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 Beide! Oh! Aber mach! So eine Maschinen gewählt! Die geht immer, ja! Ich kann die Kneipa! Ich probiere, wofür soll sich das auch machen! durch ihn durchgehen, Kumpel! Randa, in die warme Bude! Ja, das ist Hyperion-Technik! Pipipax! Uuuuund... Öffne dich! Äffne dich! Hey, guck mal den Chipmann, guck mal den Chipmann! Huiiii! Huiiii, Freiheit! Ein Dringlingsalarm! Ja, ganz einfach, ganz einfach! Hier, öffne dich! Dann durchgucken! Von Bulli-Bums gefressen zu werden, soll ja ein schöner Tod sein! Ich hab das Gefühl, dass da gleich was rauskommt! Phasenverschiebung wird ausgeführt! Macht ihr das nicht gleich? Dankeschön! Das ist der Vorteil, wenn man eine KI ist! Ich bin mit fast allem auf diesem Planeten vernetzt! Es ist ein weiter Weg nach Sanctuary! Nimm bitte alles mit, was du für die Reise brauchst! Geld! Loll! Loll 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 ich habe mich auch hintergefunden. Naja, rostiger. Aber kannst du nicht irgendwie die Moose machen? Ich glaube schon später, ich weiß nicht, aber erstmal will ich hier mal dieses Menü hier mal durchgucken. Also das ist die Missions-Lock, das ist die Karte, das ist das Inventar. Kann man denn hier persönlich? Okay, voll persönlich und so. Ach, das ist die Muni, die habe ich voll. Ach, zweimal die gleiche Muni? Ach, das sind die Skills. Habe ich schon irgendwelche Skill-Punkte? Nein, ich habe null. Ich habe auch null. Kommt später. Wo ist das Inventar? Das Inventar? Ja, na, na, ich habe es. Aber meinst du, ist das mit der Munition und so und das andere? Aber wir hatten doch irgendwelche Gesundheitsteile noch. Bei dem Spiel ist übrigens wichtig, du musst immer sehr aufpassen, was deine Waffen so bescharen haben, genau ich kein Feuerrate. Also, da ist schon ein bisschen Mathematik mit drin. Ach, das wird schon. Ach komm, das reicht. Ey, lol, schönen Tag. Guck mal. Sehr gewohnt. Und jetzt kleiner Roboter, wo muss er denn jetzt hin? Ach je, der steht am Fragezeichen. Oh Gott. Knuckle Dracker ist tot und du hast Kleptors Auge zurück. Jetzt musst du nur noch jemanden finden, der es ihm wieder einsetzt. Belohnung. Da gibt es nicht Erfahrung. Yeah. Uh, geschehen, uh. Säuberer Berg. Mobil 2 natürlich. Ja. Achso, ja. Raisen. 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 Wiii. Rättig genauer. Rättig genauer. Rättig genauer. Loi, jetzt wo geht es nicht mehr? Jetzt ist alles schön schrittig. Vielleicht wegen Anfang, ne. Ne, ich fängst mich wieder an zurück gehen. Nein, ich muss nur einfach mal bei der Einstellung beim nächsten Parten, da hätt ich schon die Gegner. Jetzt haben wir ja mehr Anzeige, Gesundheitsanzeige. Wart schon nachladen! Alter. Fick ich dich. Ey, ich hab doch nicht rot. Warte, warte. Oh, ab. Ah. Huuu. Loll. Bitch. Ich dich nicht mit. Füübsch. Alter, was trägt der denn? Da ist noch Mongo. Loll. Ich bin nicht. Mongolia. Mongolia. Ja, man kann die trotzdem Mongo nennen. Okay, Jungs. Hier spricht Captain Flint. Findet diesen Kammerjäger und bringt ihn zu mir. Sofort. Blint, ja. Ach, ey, da ist eine Höhle. Warte mal. Kopfgeld. So. Wie kann ich jetzt meine Gesundheit-Dingsbums benutzen? Äh, bisschen nicht. Hä, aber das, das, Leute, muss ich überhaupt mal rausfinden, sonst geht's hier nicht. Nee, ich glaube, du findest den Leben einfach. Ach so, und deswegen scheint man mal voll, weil meine Gesundheit voll war. Ja, oh, jetzt hab ich ausersehen Leben gesnackt. Warte, hier ist noch Leben bestimmt. Ja, das noch Leben. Wo? Komm hoch. Ist ne Höhle. Oha, 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 oha. Da hinten liegen, hier, guck mal. Das stimmt, das ist 71. Sagenhaft, das ist Kacke. Zuerst greifen Käpt'n Flins Banditen an, dann tauchen Hammerloch. Ich muss in einem früher sieben kleine Hündchen gequält haben, dass ich so etwas verdient habe. Sagt Kammerjäger, könntest du Flins Männer für mich killen? Okay, oh, komm. Ich hätte da einen Vorschlag für dich Kammerjäger. Du gibst auf und wir verpassen dir einen Kopfschuss. Schnell, sauber und weitaus weniger schmerzhaft als das, was Hands up Jack mit dir machen würde. Gesundheit! Ah! Bitte. Mein Briefkasten. Mein Liebenlager. Was ist los mit euch? Tötet den Skat-Glecker, damit wir unsere Belohnung kriegen! Damit wir unsere Belohnung kriegen! Gib auf dir auch so eine gleiche Belohnung. Oh, hm. Oh, ja, okay. War das richtig? Da hinten sind Monster-Fücher, warte. Wo bist du? Das stimmt. Geht schon mal vor. Oh. Oh, mit 68 Leben. Immer gern. Warte, ich geh vor. Ich mach das wie so fertig. Komm her! Das ist die letzte Sterbe. Ah! 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 Stirb, sag ich's doch! Eck mir! Eck mir! Du musst da selber killen. Nee! Komm her! Ach so, ja, stimmt. Wir waren es irgendwie. Ja! Bitch! So macht man das! So macht man das! So macht man das! Ich bin nicht tot! Genau! Ja! Boah! Ich bin weg! Alter! Ich krieg ja nichts mehr! Ich kann einfach unternehmen! Wie soll ich jetzt einen Skinkill erzielen? Nein, ab! Der hätt noch volles Leben! So, jetzt versteht's! Ich bin weit! Oh, ich wollte dich wieder benehmen! Komm, ich bin glücklich mit! Ja! Ich hab ihn noch getötet! Boah! Boah! Nee, durch diese... Kugels und Dimensionen da durch! Ich hab ihn noch getötet! Das ist ein bisschen scheiden! Ich hab's zurückgekehrt! Mann, hab ich wieder Leben! Dafür hab ich wieder volles Leben! Wie war das? Alter, wie viele hier kommen, ey! Das ist ja unnormal! So, jetzt sind alle tot! Endlich! Warum schaffst du das denn? Das freut mich nicht! Wo will ich es gilt, ey! Weil ich... Welche Erfahrungen habe! So! Jetzt werden wir schon die ganzen Sachen hier klauen! Weil der vor der Filz kommt! Mann, komm! Kannst du denn? Ne, vom wegen! Die sind alle wieder hier! Verarschen! Wir sind alle wieder hier! Verarschen! Wir sind alle wieder hier! Verarschen! Puh! Wir sind's Level! Was meintest du, Janko, wir haben Level 15? Puh! Äh, ey! Ja, klar! Jetzt greifen wir uns noch nicht sicher an, oder was? Ah ne, die greifen auch im Vaniden an! Wie alt ist das denn? Ah! 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 Verdammt! Ah! 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 Dich fliehenst! Ah! Keine Ahnung! Ich denke, ich stehe jetzt in eurer Schuhe! Ich stehe nun schön! Achtung, Achtung! Und du... Ja, toll! Bleib bitte zurück, Kammerjäger. Lass Claptrap zuerst gehen. Ich wusste, der Kleinerlob würde sich anders überlegen. Wir beide sind wie zwei Erbsen in einer Hülle. Zwei Kugeln in einem Magazin. Mein Tag hat die beiden im Podcast. Ich dachte, der ist... Ich dachte, der ist... Ich dachte, der ist wieder an. Verzeihung, aber wenn Claptrap spricht, meine ich, meine Gehirnzellen begehen alle einzeln Selbstmord. Ich komme gleich raus. Toll, warum kann ich gleich raus? Ich weiß nicht, wie der da rausgeht. Freut mich, dich kennenzulernen, Kammerjäger. Ich bin... Sir, hello, Jäger, Gelärter, Gentleman. Stets zu Diensten. Gott, ich meine Brille, ey. So dynamisch, Alter. Jetzt helf uns da raus. Danke übrigens, dass du ihn gekillt hast. Du hast also eine direkte Konfrontation überlebt und Käpt'n Flinsband, die du siegst. Haha, da war was drin, ne? Ich hab seine Post gekauft. Geld. 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 Oh, hier gibt es ein Waffengeschäft. Zeig. Du kannst stets auf die Waffe... Waffe. Oh, man, ich darf ihn viel mehr auffahren. Ich guck mal kurz, Schaden 13, genau. Das war's auch schon. Weniger, weniger, weniger. Ich lebe. Oh, ich will nicht wieder. Untertan, ich habe mein Augenlicht wieder. Da ist den Schaden, der 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 Schaden. Wird Zeit, dass wir uns mit den Crimson Raiders in Tickei zusammentun. Auf diesem Gletscher hier außen nur Trottlöffnung! Okay, ich glaub ich warte noch. Lol, ich stecke... was? Aha, guck mal, man kann durchgucken, ich will das Fernsehen. Geld! Bin hier oben! Da kommst du? Ja, lass mich doch mal hinschauen, ich hab grad wieder Geld gefunden. Hey, jetzt kann ich mir etwas abkaufen, aber ich kaufe mir nichts. Oh, doch, was übergegeben. Hier. Nee, ne, weiß ich nicht. Ich glaube, MP oder so könnte es haben. Oder warte, ich nimm's nochmal mit runter und dann tauschen wir. Warte. Wo bist du? Da bist du. Bleib hier! Hey! Achso. Ich dachte, du wärst das. Warte. So, welchem kann ich dir geben? Welche Waren bitte? Hm. Ich geh hier. Und tauschen. Was muss ich jetzt machen? Ach, auch da rauf, oder wo hast du draufgeklickt? Ja. Einfach auf tauschen. Auf leer oder auf tauschen? Tauschen. Achso. Tausche! Hey, guck, was war das? Toll. Du hast da ein Smiley gemacht. Toll. Achso, ja, dein Typ kann ja irgendwie so eine Smiley machen. War das diese Angry TMP oder was war das? Ja. Wie rüsst ich mich jetzt damit aus? Na, was du ja. Na los, funktioniert schon! Ah, exkrimente nochmal! Das schwarze Bett ist kaputt. Oh. Der Ender Stand muss es deaktiviert haben, bevor sie nach Sanctuary ging. Okay, dann kann ich ja mal gleich gucken auf die L. Die 17, 93. Oh. So, kennen wir? Jo. So, säubere Berg. L. 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 eine tödliche Zweibeiniger vom Affen abstammende Spezies in die Asperger, okay. Hab ich jetzt einfach mal angenommen, ja? Obgleich Captain Flint jeden in Liarsburg getötet hat, sehe ich nicht ein, wieso wilde Bulli-Monks dort herumlungern und das Andenken erfüllen... Kapitel 3, bester Handlanger aller Zeiten! Das ist auch so ein Schild bekommen? Zeig mal so ein Schild. Ich hab irgendwo im Slot ein Schild. Wenn ich Tab drücke, dann hab ich da ein Schild. Ja. Kann ich auch. Wie kann man das benutzen? Keine Ahnung, vielleicht ist es automatisch. Gut, lass losgehen. Ich brauch Energie. Oh, was ist das? Weg da! Nein! Aha! Ach lo, hier kannst du deinen Skin wieder anfangen. Das ist cool. Kann man ja jederzeit wieder ändern. Ja. Toll. Ach so, bestimmt kriegst du wieder neue Sachen oder sowas noch dazu. Ja, vielleicht. Hier, ich hab meinen Tücken wieder. Du hast deine Anpassungsstation gefunden. Du kannst sie benutzen, um dein Aussehen zu ändern und deine Skillpunkte zurückzusetzen. Ja. Gelb, ja. Grün. Habe ich jetzt die Form? Oder? Oder? Ja. Ja. So, wollen wir weiter? Ja, können wir mal. Oh, ne, dahinten ist es jetzt nicht beruflicher. Boah, ich hab nur 47. Aber ich hab nur 47. Ich bin ja gleich wieder tot. Ne, dann lass mal außen rum gehen. Ist gut, der Energie ist schon gewiss. Hat doch mal. Äh. Ah, das Tor. Jetzt gehts runter oder was? Ne, hoch. Nein, nicht so. Energie. Ich brauch Energie. Warte mal, ich komm mal kurz auf die Karte. Ach, was ist denn hier? Toll. Wie, dafür hab ich jetzt 5 Dollar ausgegeben. Du hast 5 Dollar dafür ausgegeben? Glaub ich schon, oder? Ich glaub, ich hab vielleicht grad bekommen 5 Dollar. Ach so. Ich glaub, ich hab ne Handgranate bekommen. Get away, hardcore.